Moin moin Leute Ich dachte ich mach heute mal M&U was ich mir gekauft hab Ich hab mir denn noch bei C&A Eine Hose gekauft Für 19€ Also da ist eine Hose gekauft für 19€ Super Qualität Super Qualität Schöne Hose Ja Hier für 19€ Falls man sehen kann Auf dem Schild Ja So Das wars Ich wollte euch einfach nur mal die Hose zeigen Und Haut rein Bis denne Ich kann doch kein Abo da lassen Mit der World Tschaui